Herr Präsident! Sehr geehrte Abgeordnete! Meine Damen und Herren auf der Regierungsbank! Der vorgelegte Verteidigungshaushalt passt zu Ihnen. Er ist konsequent auf Linie Ihrer Politik der letzten 25 Jahre. Er ist in völliger Übereinstimmung mit Ihrem Verantwortungsbewusstsein für die Sicherheit unseres Landes. Der Entwurf fügt sich nahtlos ein in Ihr Verständnis von Bündnissolidarität, in Ihr Verständnis von internationalen Vereinbarungen und in Ihren Politikstilen, nämlich einen größtmöglichen Abstand zwischen Reden und Handeln. Frau Ministerin von der Leyen, wie oft haben Sie davon gesprochen, dass die Welt um uns herum gefährlicher geworden ist? Und wie oft haben Sie Ihre sogenannten Trendwenden, Material und Personal beschworen? Wenn dieser Verteidigungshaushalt Ihre Antwort auf die sicherheitspolitische Lage und den erbärmlichen Zustand unserer Streitkräfte ist, dann ist Ihnen nicht mehr zu helfen. Es vergeht kein Tag ohne Hiobs Botschaften über den Zustand der Bundeswehr. Jetzt schmeißen sogar Jet- und Hubschrauberpiloten frustriert ihren Traumberuf hin. Die Regierung vernichtet nicht nur die Wehrfähigkeit Deutschlands. Sie zerstören auch Lebensentwürfe von jungen Frauen und Männern in unserer Bundeswehr. Wissen Sie eigentlich, wie die Bundeswehr in der Öffentlichkeit und in den sozialen Medien dasteht? Als Witz. Sie haben unsere Bundeswehr zu einem Witz gemacht. Und so wollen Sie dann geeignetes und motiviertes Personal rekrutieren? Der Verteidigungshaushalt, den die Bundesregierung hier vorgelegt hat, kann unsere Bundeswehr nicht wieder einsatzbereit machen. Im Gegenteil, er wird noch nicht einmal den weiteren Verfall aufhalten. Die AfD will die Vollausstattung der Bundeswehr. Wir halten es für eine Selbstverständlichkeit. Und natürlich ist der erste Auftrag der Streitkräfte die Landes- und Bündnisverteidigung. Nehmen Sie einmal an, Deutschland hätte keine Bundeswehr. Würden Sie dann Streitkräfte aufstellen, um nach Mali und Afghanistan zu gehen? Natürlich nicht. Wenn der Bundestag unsere Soldaten also in den Auslandseinsatz schickt, dann kann das immer nur eine Ausnahme sein. Streng begründet an Recht und dem nationalen Interesse Deutschlands. Und Auslandseinsätze dürfen in keinem Fall den originären Auftrag unserer Streitkräfte gefährden, die Landes- und Bündnisverteidigung. Wehrfähigkeit heißt Quantität. Ihre Politik hat die Substanz unserer Streitkräfte aufgezehrt. Die Bundeswehr muss wieder wachsen. Und ich sage Ihnen auch wie. Als Zielmarke peilen wir eine Gesamtstärke von 240.000 Soldaten an. Wir orientieren uns dabei an dem Ergebnis der Weizsäcker Kommission. Diese Zielmarke ist ohne Wehrpflicht nicht sicherzustellen. Sie aufzugeben war ein schwerer Fehler, der korrigiert werden muss. Wir brauchen unsere Wehrpflicht zurück. Darüber hinaus müssen wir auch die Aufwuchsfähigkeit der Bundeswehr sicherstellen. Die AfD fordert ein Reservistenkorps ähnlich der amerikanischen Nationalgarde. Gut bezahlt, regelmäßig trainiert und im Inland einsetzbar. Zielmarke 50.000 Reservisten. Dies alles verlangt nicht nur einen höheren Verteidigungsetat. Wir brauchen auch ein Konzept zur territorialen Verteidigung, auf dessen Basis dann beschafft und gegliedert werden kann. Der Verteidigungsetat 2018 muss an den Stellen aufgestockt werden, wo marktverfügbare Lösungen auf dem Tisch liegen. Er muss aber auch da gesteigert werden, wo Forschung und Technologie notwendig ist und notwendig sind, um die Bundeswehr wieder zu dem zu machen, was sie einmal war. Ein ernst zunehmender Faktor im Bündnis und das Rückgrat unserer Wehrfähigkeit. Verteidigungspolitik braucht Kontinuität und Planungssicherheit. In Wales hat sich Deutschland verpflichtet, den Verteidigungsetat auf jährlich 2 Prozent des Bruttoinlandsproduktes zu steigern. Was das bedeutet, trauen Sie sich nicht auszusprechen. Ich möchte Ihnen helfen. Die AfD bekennt sich zu Wales und der Zielmarke von 70 Milliarden Euro jährlich ab 2025. Die Bundesregierung muss ein klares Bekenntnis dazu ablegen, bis wann sie das 2-Prozent-Ziel erreicht haben will. Falls sie das nicht will, sollte sie es allerdings auch offen aussprechen. Meine Damen und Herren, leider ist von dieser Bundesregierung nicht zu erwarten, dass sie die notwendige Kursänderung vornimmt. Dafür hat sie weder den Willen noch die Kraft. Ursula von der Leyen steht dafür exemplarisch. 4,5 Jahre, Frau Ministerin, das ist für ein Verteidigungsressort eine lange Zeit. Da hätten Ergebnisse kommen müssen. In der Presse wird bereits seit Monaten darüber spekuliert, wohin die politische Reise der Ministerin geht. Die meisten sagen, nach Brüssel. Ich wünsche uns und den Soldaten der Bundeswehr, dass in Brüssel schnell ein Posten frei wird. Herr Kollege, herzlichen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir schreiben jetzt Geschäftsordnungsgeschichte. Während der Rede der Bundesministerin der Verteidigung hat der Kollege Dr. Neum eine Zwischenfrage gebeten. Die Ministerin hat die Zwischenfrage nicht zugelassen, sondern erklärt, sie wolle im Anschluss daran mit dem Kollegen Neum sprechen. Ich habe bedauerlicherweise das vehemente Winken nicht richtig aufgenommen. Der Kollege Dr. Neum wollte eine Zwischenintervention starten, die ich jetzt zulassen werde. Also Frau Ministerin, ja noch einmal, bevor wir jetzt, darf ich, darf ich, darf ich, darf ich doch darum, liebe Kolleginnen und Kollegen, darf ich darum bitten, dass wir jetzt einfach die Kurzintervention des Kollegen Dr. Neum hören. Und wenn die Ministerin darauf antworten will, Frau Ministerin, können Sie Ihre Redezeit auch noch ausweiten mit der Antwort. Ich lasse diese und meine Damen und Herren, Sie haben zu.